ja hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge tfd letztes Mal haben wir die Piraten ausprobiert beziehungsweise ich habe ein bisschen zu sehr an den Bogenschützen ja festgehalten und vielleicht war das mein Fehler aber ja Garen Level 2 incoming ähm genau deswegen hab ich wahrscheinlich das mit den Piraten verkackt aber an sich ist es auch wurscht wir haben dann letzte Runde spontan wieder auf die vier Bogenschützen umge Prozent räumt aber ja war zu spät aber ein war auf jeden Fall besser als Prozent dann noch mal Prozent Prozent noch mal Prozent also auf den Piraten zu bleiben da hätten wir früher den Löffel abgegeben wieder das altgediente ja der Anfang ist eigentlich ja meistens relativ ähnlich Ups entschuldigung relativ ähnlich aber was bringst du denn lass das vielleicht versuchen wir mal voll auf Ritter zu gehen das habe ich auch noch nie gemacht 80 abgeblockter Schaden sagen sagen könnte halt der Netzhain aber ja 80 ist halt nicht sehr viel von hier wenn er einer eine kritischen Damage von äh hallo um den kritischen Schaden von um jahrtausende Hesse macht da bringt es gar nichts äh ich hab den Garen jetzt nicht genommen weil mir ja das war jetzt äh war verlocken da Ding in der Garen kommt ja noch öfters oh schon wieder Level 3 nicht gecheckt ja naja ok ok also ich hab ein gutes item bekommen da ja warum Warum nicht? Why not? Machst du nachher kurz... Vom Bus ist hinten noch ein Bierkasten... Machst du denen dann noch einen Keller dran? Dann holen wir ihn in den Autor. Ja, ok. Jo, mach ich. Mach ho. So, da ist kurz mal der Ton ausgefallen. Keine Ahnung. Also, von Spiel. Ich weiß nicht, ob man mich reden hört. Aber, da finde ich nicht. Was schon. Ähm... Ja, Nobel. Oder Bogenschütze. Hm. Ich weiß es nicht genau. Oder beides. Wir machen wirklich beides. So. Erste Runde gewonnen. Der ist auch auf einem Level... Abgang... Aber der Endeffekt... Das ist auch... Garen... Also... den Flächenschaden... ist halt... Ah, nicht schlecht. Das mag ich. Aber Wayne kommt gerade nicht mehr. Aber klar, die... Die Rain ist am Anfang auch sehr beliebt. Ok. Dann holen wir uns doch mal... diesen Bonus. Bzw. nicht mehr den Bonus. Also, Nobel ist ja jetzt weg. Aber Roboter ist da. Mhm. Was machen denn die anderen? Weitere, was macht der? Uh... Der ist auch gefährlich. Das war... schön. Aber gegen den verliere ich. Schade. Ja, Assassinen halt, ne? Diese Brain Assassinen. Den kann man einfach nicht trauen. Aber dadurch habe ich jetzt... äh... bessere Picschancen. Ah, was nehmen wir denn? Ähm... Ist irgendwie... Alles nicht so... so DUB Burner. Also... Ich nehme den Set. damit der andere nicht bekommt. Damit der andere nicht bekommt. So, den... den werde ich gleich wieder verkaufen. Und, äh... dann ne BFF. Ah, denn... Ja, die Runde war nicht so... so toll. äh... nochmal Blitz. Karen. Level 2, das ist gut. Und zweimal die Spinne. Die Spahine. So. Falls ich wieder ver... vergesse, ähm... Level abzunehmen, dann... äh... pickt ja immer... den Champion, der hier ist. Deswegen... versuche ich immer dran zu denken, wirklich hier zu machen. Und der hat, äh... den Wald-Buff. Den Bestien-Buff. Weil den... der rettet ihn auch nicht. Ah, ist... Na, der ist ein bisschen heftig... drauf. Der ist ein bisschen heftig... drauf. Der Gute. Das da nervt. Das nervt. Ähm... Schläger... Ich tausch die mal aus. Zeit zum Angriff! Weil mir... gefällt die Ash besser als der Varus. Also der Varus hat zwar einen... coolen, ähm... durchschlagenden... ähm... Schuss. Aber... äh... Ash kann halt, äh... stunnen. Und das ist... Uh... Das ist der Erste. Ich bin mal gespannt, ob ich eine Chance gegen ihn hab. Ich... Also... jetzt könnte es sein, wenn die Ludo nicht zu ihren Ulti kommt. Aber... sie kommt zum Unter. Ah... ja... ok. Sogar zweimal. Ähm... das da war ärgerlich, dass ich, äh... da... äh... gewonnen hab und da verloren, also... ja... ihr wisst schon. Äh... der Blitz ist da sehr unpraktisch. Der wird so oder so immer, also... wenn ich mich da hinstelle, holt er einen von da drüben. wenn ich ihn da hinstelle, holt er... also... das ist alles... ein bisschen blöd mit dem... Ja... Level Up! Äh... Hm... Okay... Ja... der... der hat halt immer noch, äh... 100. Das ist krass. Das ist krass. Aber dich will ich eigentlich da nicht haben. Ähm... Machen wir das doch mal so. Ah... Uh... Dich will dich haben. Hm... Dann machen wir so und so. Das... äh... Könnte Elemental werden. Nee... Das will ich auch von einem anderen... Charakter haben. Das Item. Weil... Zu ihr... Also... Sie macht ja kein Spell. Das bringt ja nix. Ah... Schon wieder diese Assassin? Ja... Okay... hier ein Level 2er. Hier sowas. Mhm... Dann mach ich mal... Garen weg. Woll mir... diese jungen Dame. Nobelbuff hab ich auch. Mann... Anstatt von... Ah... Nee... Ich hab ja überlegt ob ich äh... dafür... Ash nochmal kurz rausnehmen. Aber ich glaube... Ah... der macht jetzt von Schaut auf... Look... äh... Ding. Ash. Aber äh... Losing Spray... bin ich... Strähne meine ich. Äh... Ich... ich brauch jetzt ein... Äh... Eine Lissandra... Dann kann ich... Elemental gehen. Das ist auch ganz gut. Ähm... Warte ich hol jetzt äh... wieder die Beine rein. Dödödödödödödödöd... Dödödödödöd... gefällt mir zwar nicht aber ich habe kein geld und ich habe ich ja jetzt zwei gute tanks dabei okay wenn canon dabei ist oder oder bran je nachdem was übrig bleibt das weg dran ist doch interessant oder garen gut dann holen wir uns dran der darf ruhig ein bisschen mehr damage machen so so gut er geht auf da wir aus ertreiben sehr gut okay also in der menschle hat uns wirklich den hintern gerettet die frage ist wie lange noch wie lange noch ja nein ich bleib nicht ich spare mal wieder ein bisschen weil über also 65 ist echt nicht schlecht also da kann man ruhig wieder ein bisschen anfangen zu sparen und wir haben ich habe noch dran gedacht und wir sind level zum klick hat er erst level 1 was ist los mit mir weniger als andere könnte er in die beiden um wohnen schaffen mhm so die mache ich weg die auch einmalplätze erreicht und ich brauche ein bisschen platz fähigkeiten und verbrennungsschaden passt zusammen wird gekauft die da habe ich gerade verkauft brauche ich jetzt nicht die da ich spare gut hier sind meine bogenschützen versammelt und schon zu gut wie geht es eigentlich den f okay der hat der hat uns glaube ich schon schon besiegt öfters glaube ich sogar sollte er auch besser sein können aber ich habe besiegt das ist schon mal um 1 um auch der bekommt einen der hat ging er hätte mann okay und er geht auf Prozent okay um es ist schon die neue ich brauche nichts sparen sparen das ist schön zu über sie gibt um was können wir als nächstes machen wir können versuchen noch einen dämonen reinzubringen noch eiswesen wesen und noble noble ist auch sehr sehr gut finde ich noble ist sehr stark es ist ganz klar es ist ganz klar aber er kommt er erholt ihn rein und dann Prozent geht daraus oder was es ist das zu empfinden das war echt nie äh fast nun so ist sei schon vom Blitze heute in Tänke mitten ins Team und das dann da ich nicht sondern geht einfach weg um hier kommen wir auch nichts Jahrhundert mit mir da können wir nichts gebrauchen so ein Jahr war uns Prozent vielleicht aber auch nun vielleicht aber nicht unbedingt es sei mir als wird schon halt wieder zu zu nein er hat er hat er kommt und er ist dann war richtig richtig Prozent richtig gut und er ist dann auch so super der war richtig sick Uiuiui und er hat Piraten mhm also äh Piraten gehen anscheinend doch okay äh ich bin Anivia will ich unbedingt haben oder oder also hier haben wir ein äh okay Anivia also weg super ich dachte er nimmt mich jetzt brand gut jetzt haben wir ein Dreier äh in zwei level 2 ähm und er macht ja schon eine sehr viel besseren der mit scherz so sehr fein mhm wir sparen nochmal wir sparen nochmal wir können auch versuchen irgendwie auf ähm auf Magier zu gehen bei dir geben wir ja dann äh Bonus äh Magic Damage und Elemente sind ja auch äh haben ja auch AP sehr schön ja so will ich das haben gut gut wir bekommen ja die ganze Zeit was was wir nicht brauchen so zweimal Ash wird gekauft äh mh 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 gut die Ash kommt dann gleich rein als äh siebtes kommt die dann rein das ist der erste der Assassinenkönig hier mh 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 hängt wobei er hat endet der tank geht schon also der der golem ist schon in ordnung der golem ist schon in ordnung ein item das ist kein gutes item schade schade ja okay noch mal die sandra okay also wenn ich gewinnen verkauf ich erst damit sicher wieder auf 50 bin und wenn nicht dann habe ich 50 ohne tauschen die geht das ist ein ekelhafter weil die wieso holt er den da und nicht gehen wieso habe ich jetzt zwei also hat die hat sie so viel gekostet wo gehst du denn hin heute mal aus so uiuiui den FIJ ja mal das tauschen uiuiuiui das verliere ich auch ah dammit jetzt bin ich halt so schnell von ersten auf letzten Platz geschwungen Zeit zum Angriff hm Alessandra ist halt immer noch Level 1 oh nein er ist jetzt auch oh nein das hat er auch Elemente jetzt und ein sehr viel bessere Elemente als ich wegen diesen da hm ich muss den Blitzcrank um setzen ich bin erster was will ich es ist ein sehr starker äh Dämonen. Aber ich habe gerade keinen Dämonen drin. Doch, ich habe einen Dämonen drin. Ach so. Na, wenn das so ist. Hm. Na, wenn das so ist. Die tauschen mal. Okay, wenn ich das überlebe, dann gehe ich all in. Ne, überlebe ich nicht. Doch, überlebe ich. Oh Gott, mit 1 HP. Gut. Jetzt muss ich all in. Dammit. Dammit, dammit, dammit. Ich bin die Eisgeborene. Zeit zum Angriff. Die Eis habe ich jetzt mal in Ruhe gelassen. So. Ah, nee. Ah. Gut, also er hat auf jeden Fall die Missfortunen geholt. Das war schon mal wichtig. Aber ich glaube, er hat nicht, dass es ausreicht. Ne. Der hat zu viele Dreier. Der hat zu viele Dreier. Ja, gut. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.